Hallo liebe Leute, also mittlerweile habe ich meine Österreich-Fahne ausgepackt. Ich bin im Ziel, was sehen wir, 2013? Ich hoffe nur, dass die Zeit stimmt, denn die Uhr sagt etwas anderes als die Marathon-Uhr. Laut meiner Uhr habe ich eine Durchgangszeit von 1,59, also neuer Rekord. Und auf der großen Marathon-Uhr steht zwei Stunden, zwei Minuten, aber das dürfte die Brutto-Zeit sein und nicht die Netto-Zeit. Somit haben wir das hier erledigt. Vielen Dank, Marseille. Merci beaucoup. Au revoir. Tali. Ende.